Nach dem Schweinehund. Früher oder später finden wir ihn. Was, wenn es mehrere waren? Mir egal, wie viele dafür verantwortlich sind. Ich will sie einfach finden und umbringen. Gut, sie sind erledigt. Nett. Aber denk dran, dass wir hier keinen Krieg beginnen wollen. Es dürfen keine Zivilisten ins Kreuzfeuer geraten. Ich mach keine falschen Versprechen. Nicht dir gegenüber. Das ist lieb, aber seid vorsichtig. Die heilige Hölle bricht aus. Die Hochzeit hat für ziemliche Unruhe gesorgt. Ja, sowas passiert, wenn das Gehirn des Bräutigams über die ganze Kirche verteilt wird. Was kommt als nächstes, Chef? Wir versuchen noch immer, die verschlüsselten Satellitenübertragungen nach Interessantem durchzukämmen. Robert? Noch nicht. Scheiße. Zwischen den Separatisten gibt es eine Menge Geschwätz über eine Eliteeinheit in der Gegend. Viele Warnungen, dass man sie umgehen sollte. Ich hab diesbezüglich nervöses Getuschel gehört. Niemand scheint so richtig seinen Auftrag zu kennen. Die sind wie Geister. Sie verbreiten Terror und verschwinden dann wieder. Wir haben nur einen Namen. Ein mysteriöser Mann namens Armasi. Wird nur selten und voller Ehrfurcht erwähnt. Als ob er Superkräfte hätte. Robert wurde von einer Eliteeinheit gefangen genommen. Könnte die in Verbindung stehen? Gott, ich hoffe nicht. Das sind die Übelsten. Scheiße. Ja. Ende. Fang an zu reden. Ich erzähl dir verdammt nochmal gar nichts. Was erwartet mich sonst noch im Hauptquartier? Wenn Sie Aufzeichnungen über das Attentat haben, sollten Sie auf einer Ihrer Festplatten sein. Das war's. Was erwartet mich sonst noch? Ich bin drin. Die Löche sollte im Büro im Keller liegen. Mach bei der Revolution mit sein. Der Sieg steht... Verstanden. Untersuche und melde mich. Verstanden. Verstanden. was in der nähe sein Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich habe den Ballistikbericht Ich habe den Autopsiebericht Ich sehe ihn Etwas Ungewöhnliches? Die Kugel hat ihm fast den Kopf abgerissen Kerl 50? Vielleicht Hier erfahre ich nicht viel Ich schicke dir die Infos Das war's, komm zurück Nein, noch eine Sache Ich will die Kirche sehen Merkwürdige Zeit für einen Glaubenswechsel Mach ruhig Ich weiß nicht viel Ich schicke dir die Fröhle Ich besuche die Fröhle Ich bin der Schnee Der Schnee Ich schicke dir die Fröhle Dann gehst du dir Können Sie auf den Schnee Ja, und Ich bin der Schnee Im Autopsiebericht steht, die Kugel war komisch und verformt. Wie komisch? Steht hier nicht. Steht hier nicht. Die werden beschissen. Defensivpositionen! Was ist denn da? Was ist denn da? Maggie! Das war's. Das war's. Die Kugel hat ihn wie ein Vorschlaghammer getroffen. Sie hat ihn bis hierher geschleudert. Ich habe ein Loch in der Wand gefunden. Fünf Zentimeter groß. Das ist irre. Was für eine Kugel könnte das sein? Vielleicht Kaliber 50 oder Teflonpatron. Und ein verdammt gutes Gewehr. Was ist draußen zu sehen? Felder, Hügel, Waldruinen. Mindestens ein Dutzend gute Plätze. Okay, ich hätte für so einen Schuss die Kirchruine auf dem Hügel genutzt. Mist. Ich weiß schon, wie das endet. Ich gehe zur Kirche. Ach, geh halt. Ich gehe zur Kirche. Okay, die Versammlung ist vorbei. Die Separatisten sind wieder auf der Straße. Halt mich auf dem Laufenden. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, ich sehe was glitzern. Eine Spiegelung. Ein Paket auf einem Grab. Vorsicht. Bombe? Rund. Komisch. Scheiße. Ich glaube, es ist ein Helm. Was? Ein Helm ist ein Helm? Unglaubliche Technik. Weiß nicht, wie sie funktioniert. John! Wenn er mich tot sehen wollte, wäre ich's bereits. Das ist eine Nachricht. Der Geist ist echt, Lydia. Und er ist uns mehrere Schritte voraus. Wo versteckst du dich, Bruder? Es war nicht wirklich schwierig. Ich seh' dich. Ich seh' dich! Nicht heute. Oh Mann! Wie konntest du überhaupt... John! John! Alles okay? Alles okay. Bin in der Falle getappt. Aber mir geht's gut. Nimm die Beine in die Hand. Die Separatisten kommen. Ich bin auf dem Weg. Kontakt! Kontakt! Brauche Verstärkung! Schiff ausmachen! Feind muss in der Nähe sein. Begrenzung absuchen. Wir haben einen Verletzten. Shit! Gehen weh, Lösen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.